Ach Charly, was mache ich denn mit dir? Ich habe einen Kampfknochen gefunden. Kampfknochen? Ja, hat einen Knogger gedroppt. Achso, das ist, glaube ich, vom Pokémon. Es ist für Pokémon? Tatsache. Das ist für Pixelmon. Wow. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem meines Pokémon ist. Ich habe einen kleinen Hinweis. Poco und Pixelmon ist das gleiche. Nur das eine ist halt in Minecraft. Nein. Nicht dasselbe. Doch, klar. Nein. Doch, klar. Krass. Ja, ne? Verrat's keinen. Okay. Kann man vielleicht in Beeren in Flower Pots packen? Oh. Versuch's mal. Das war die Idee, die ich kürzlich mal hatte. Die mir gerade wieder einfällt, wo ein Pokémon eine Formel gedroppt hat. Freiwillig. Fuck it. Freiwillig, na klar. Ich komm mir nicht hoch. Ich hab's gefragt. Ich glaubst du mal in die Höhe. Hat's gemacht. So, jetzt komm ich auch wieder hoch. Ey. Hoch. Ich schwimme davon. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Entschuldigung. Musste mal sein. Ja, ja. Hin und wieder mal ein auf dramatisch tun, ist in Ordnung. Ja, klar, Mann. Muss doch. Muss, immer muss. Ja, klar. Lüft, Alter. Lüft. Ähm, okay. Was? Charlie? Charlie kommt noch unter diebes Gespräch nicht klar. Ach, ach so. Ja, das kann ich verstehen. Irgendwarte ich doch mal einen Flower-Bot. Ich frag mich, ob ich den noch irgendwo habe. Meinst du so ein Minecraft-Ding? Ja. Oder gibt's eins für extra Pixelmon? Hätte ich nicht gesehen bisher. Wenn's einen gäbe. Ja. Zum Nachdenken, wa? Keine Reaktion. Okay. Ja. Ist nicht, nix mit Nachdenken. Flaupert, 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 Flaupert. Nachdenken? Was das? Funktioniert? Äh... Beere drauf? Nö. Aber irgendwie müsste man die doch anpflanzen können, wenn's sogar so ne... so ne... Wieskanne gibt. Oder nicht? Hm. Hä? Ein Privileg für... Oh. Das ist einfach ein Eichensetzling rein. So. Jetzt hab ich ein Eichensetzling hier auf meinem Ofen stehen. So. Oh. Wär cool, wenn ein Baum draus werden würde. Im Haus? Geil. Klar. Einfach von... Genau. Einmal so von unten nach oben und dann... Um den Baum herum wohnen. Könnte man eigentlich mal so ein Haus craften? Das wär geil. Es gibt eine Weimar Kanne, aber... Ja, ja, meinte ich doch. Wenn es so ne Kanne gibt, müsste man die denn nicht eigentlich auch anpflanzen können? Ja, ja, das ist... Wäre das nicht... Der gleiche Gedankengang, den ich auch hatte. Aber wir lagen falsch. Hm. Geht ja öfters. Hm. Weißt du? So ein Bären-Set zum Beispiel. War dich nett. Was? Nein. Aber ich wollte doch nett sein. Nein. Na ja, dann... Ich immer noch mein Schild hier drin hab von meinem Kampf gegen eine Spinne. Ich hab nicht abgehauen wie ein feiges Kind. Aufzalte erst mal eine, eine Sonne Blume hier rumstehen. Du bist abgehauen wie ein feiges Kind? Ja, als die Spinne näher kam. Charlie. Spin. Das ist nicht sehr mutig. War's auch nicht. Das war alles andere als mutig. Aber ist ein Spinnen, deswegen... Okay. Entschuldigt ist das wirklich? Ich hab nicht gesagt, das ist umschuldig. Ich hab gesagt, das ist okay. Ah. Warte. Warte. Gut. Aber hier ist ja auch geklärt. Das ging pretty schnell. Pretty. Snell. Snell. Snellstraße. Pretty Snellstraße. Was? Oh. Irgendwann schaut noch so aus. Ach, machst du so. Snellstraße. Okay. Ja. Mh. So. Lattesbeere. Pst. Pst. Keiner weiß davon. Mhm. Die Welt wurde gespeichert. Trischhund. Also die... Ah, wohl wirklich nicht anpflanzen. Die werden gar nicht. Hast du gerade gegoogelt? Ja. Oh. Also hier steht nichts, ne? Fing an zu ackern. What? Vor mir? Machst du die Felder heil? Oder was machst du gerade? Nö. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob man einfach auf geackerten Bogen das gerade versetzen kann. Das wäre so... Aber das hast du doch schon mal ausprobiert. Weiß ich nicht, ob ich das mal ausprobiert habe. Aber wenn es das jetzt gewesen wäre, dann wäre das doch schon ein bisschen peinlich gewesen. Ne, aber das hast du schon mal ausprobiert. Auf der anderen Map. Mhm. Ich geh da mal eben kurz für kleine Endos. Adios. Bye-bye. Na, Tadi? Na, Juli? Nehmt ihr noch auf? Äh, glaub ich nicht. Wenn er einfach auf Toilette geht? Er kann nicht schneiden. Dann schneidet er wahrscheinlich einfach alles weg. Oder hat's vergessen? Das könnte auch sein. Ich meine, ich finde auch, dass es schon gar nicht so gut ist. Ich meine, ich finde auch, dass es schon gar nicht so gut ist. Nicht mehr so Let's Play mäßig, sondern mehr so... Wir zocken mal zusammen mäßig. Ja, weil ich gerade nicht aufnehme. Vielleicht... Vielleicht ist ein anderes Feeling, wenn einer von uns aufnimmt. Weil wir ja mehr so Let's Play mäßig unterwegs sind dann. Ja. Da ich nicht Let's Play mäßig unterwegs bin, finde ich mal immer das relativ doll. Ach, das liegt an dir? Okay. Du bist schuld. Ähm. Was? Was? Was auch immer es ist, wir brauchen es. Okay. Hey! Hey! Ich glaube noch auf. Das ist schon Aprikoko-Farm. Hallo? Hä? Was? Nimmst du überhaupt noch auf? Ja. Achso, ja, okay. Okay. Charly gefällt das Feeling nicht. Das habe ich gar nicht gesagt. Welches Feeling? Ich mag das Feeling so. Sie sagt, das ist mehr Sorgen. Wir schillen einfach zusammen Feeling statt aufnehme Feeling. Mag ich aber gerne. Ich habe mir gesagt, dass ich es nicht mag. Okay. Ist auch so ein bisschen das Feeling. Kann ich mir zustimmen. Ja, ne? Agathe Feeling. Nice. Ah. Eine bessere Reaktion hätte ich mir nicht erhoffen können. Er träumt. So schön, so groß. Ah, schön. Wenn, dann singen wir zusammen Schräg. Na klar. Da gibt es keinen. Das haben wir perfektioniert über die Jahre, das Schräg. Genau. Wie gibt es keine Wind und Kinabadu? I don't know. Ich weiß auch nicht. Man braucht Knochen für die Weimar Kanne. Ich mache einfach mal eine Weimar Kanne. Ja. Und dann? Ja. Dann gucke ich mal, ob man damit irgendwas machen kann. Zum Beispiel. Vielleicht muss man erst mit der Weimar Kanne den Boden irgendwie befeuchten. Hab die Knochen? Ja. In der Kiste oben bei mir. Äh. Einer der mittleren. Ich glaube die oberen mittleren. Hm. Reicht. Drei brauche ich nämlich. Funktioniert so nicht. Ähm. So. Da in die Knochen. Ähm. Irgendwas wollte ich grad noch machen. Das hab ich schon wieder vergessen. Ich spiel zu viel nebenbei ähm. In der Wiki drin rum. Und dann immer wenn ihr was sagt, dann google ich das immer so. Da hab ich immer vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Du hattest was vor? Was hattest du da so vor? Weiß ich nicht mehr. Ach so. Ach so. Das ist ja grad das Problem. Ich weiß. Ich würde sie verwirren. Das ist sehr unfreundlich von dir. Wie kannst du Judi? Was? Bin enttäuscht. Denk jetzt doch mal genau über dein Verhalten nach. Ich wollte doch jetzt nur spielen. Nein. Enttäuscht. Enttäuscht. Geht gar nicht, Judi. Geht gar nicht. Was? Ja. Weine. Genau. Kennt ihr das, wenn ihr so heuernd faked und dann tatsächlich Tränen kommt? Nein. Was? Also schadig glaub ich das nicht. Das macht ihr öfter. Aber... Was? Hast du keine Gefühle? Genau. Weil ich so oft weine. Nein. Das ist halt eine Weimerkanne. Tadi ist so ausgetrocknet, die kann nicht weinen. Genau. Habe ich das Gefühl manchmal. Ich hab die verfehlt gerade mal dreimal weinen. Ich bin deshalb emotional instabil. Seit sieben Jahren. Also... Weine ich sehr viel. Bei... Not real life Dingern. Ja? Leute? Ja? Wissst schon, ihr müsst mir reden, ne? Ich nehme nicht auf. Oh, ein Purenter. Okay, dann hab ich ja gar nicht gesehen. Was genau hast du denn überhaupt nachgeguckt, Charlie? Bei... Bei... Als du meintest... Mit Beeren findest du nichts. Hast du nach Weimarkanne geguckt, oder? Ach so, äh... Ah, das kann ich auch noch mal gucken. Ich werde nie wieder von meinem Tablett wegkommen. Ist in Ordnung. Findest du? Ja. Du bist hier... Recherche hier einfach bei uns. Und dafür bin ich da? Ja. Ist ein sehr ehrenvoller Job. Oh. Oh. Viel auch nicht. Oh. So, irgendwie... Warte. Ich sehe gerade nicht. Also es gibt diese Kanne aber wirklich in Pixelmon, ne? Juli? Ja. Ich hab schon eine gecrafted sogar. Juli... War Juli jetzt irgendwie weggegangen, oder? Können wir sie noch nicht wieder hören? Ah, ich... Ja. Also von weggegangen hätte ich zumindest nichts mitbekommen. Ja. Ja. Ja, gut. Das war jetzt nicht ein... Das war jetzt nicht eine Stunde und 50 Minuten. Mal ansonsten. Mal ansonsten, weil... Das war irgendwie... Das ist erst seit 34 Minuten bei Teams Big Arm. Viel, viel zu schnell. Das ist alles gar nicht so toll. Liegt das dann daran, vielleicht wird das zu schnell heiß oder so? Keine Ahnung. Ja, ist... Ich weiß auch nicht. Ich vermute einfach mal alles mögliche. Hey du, Tüppi, ich möchte gegen dich kämpfen. So. Menti, Dings kann er nicht. Geil, mein Vulpix erreicht Level... 20. So. Ja, wo könnte sie denn sein? Weimar kann er? Ich weiß nicht, wie sie halt im Englischen heißt. Da heißt sie wahrscheinlich nicht Weimar-Kanne, sondern... Keine Ahnung wie... Was ist das Problem? Wie Weimar halt im Englischen heißt. Wie heißt Weimar denn im Englischen? Könntest du mir einmal verraten, dann kriegen wir das hin. Äh... Aber wahrscheinlich auch irgendwas mit Weh, weil er doch so einen fetten Weh auf der Stelle hat. Ich bin gerade im Kampf, das... Ich würde gleich auch mal nachgucken, wie die Weimar-Kanne auf Englisch heißt. Wie heißt Weimar auf Englisch, Juli? Weiß ich nicht. Guck doch in deinem Poke, Vicky. Mach ich grad. Guck intensiver. Ich bin ja nicht aber... Ich bin ja die hier aber echt nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin wach, das brauchst du mir nicht sagen. Du bist wach? Ich bin wach. Hä? Achso, dein Wecker? Pfff. 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 Gesundheit. Ein ganzer Mann. Was? Ein ganzer Mann. Pfff. Ich hab' geschrieben. Weil ich wie so ein Mädchen geernießt habe. Ich muss die Dinge wegnehmen. Ich muss die Kiste hier wegnehmen. Hm. Ich platz' für ne neue. Ne, warte, ich tun wir mal. Genau, und jetzt kann ich... Oh, ich hab' Erdbeeren aufgesappelt! Erdbeeren? Ja. Es gibt Erdbeeren, es gibt Schoko-Erdbeeren. Pfff. Schoko-Erdbeeren! Ich mag Schoko-Erdbeeren. Achso, dann baue ich das beide ab. Das ist durch. Muss das mal machen. Ich hab' mein Tablett gerade nicht wirklich. War der Akku statt nicht niedrig für die Xaren? Hm, na. 30%. Ich bin grad' voll den spannenden Kampf bei mir am Start. Alle meine starken Pokémon sind gerade weg. Ich hab' nur noch welche, die sind so unter Level 20. Und der Gegner ist so, hast du Pokémon auf Level 27 gerade. Wie viele Pokémon hast du bitte? Sechs. Wie ein Team halt. Ich hab' vier. Ja. Fadi hat, glaub' ich, auch noch keine Salzblasen mit dabei sein. Ja, ich hab' die ganze sogar noch gewonnen. Was, sechs? Sechs Pokémon? Wow. Ich hab' nur drei, die ich wirklich behalten will. Ah, ich hab' noch einen auf der Box, ja. Der Rest ist alles Deko. Deko-Pokémon. Oh Gott. Das dauert jetzt erstmal, bis ich weiterspielen kann. Das ist jetzt erstmal der... Also, Weimar-Kanne heißt's... Doch, Weimar-Pale. Hm. Das stimmt. Okay. Das hätt' man finden können. So, immerhin hat mein Paceiro den Kampf überlebt. Die wird Weimar jetzt eigentlich nochmal genau geschrieben. W-A-I-L-M-E-R. Weimar. Genau, das ist richtig. Wie die Weimarer Republik. Und die Weimarer Konferenz. Wie man sie halt alle kennt. Ah ja. Nein. Hm. So. Da haben wir mitten im Flug die falsche Taste gedrückt und schon... bin ich im Wasser. Hä? Sei froh, dass du über Wasser warst. Stimmt, so kann man's auch sehen. So. Nicht wahr? So. Ja. Ich mein, du siehst ja auch nicht mehr so gut aus, wenn du schon mal hart auf dem Boden aufgeschlagen bist. Das musst du ja auch mal bedenken. Hä? Hä? Ausziehen? Was ist denn das jetzt damit zu tun? Pfff. Hab ich doch gerade gesagt. Hä? Oh, er hat den Witz nicht verstanden. Hä? Charlie hört schon gar nicht mehr zu. Ach. Ach so. Ja, das war zu stumpf um äh... Ist, äh, diese Weimar-Kanne ist nur für Aprikocos. Für Aprikocos? Ach so. Für Aprikocos? Habst du dir einen schneller? Ja. Den geh nicht schneller. Oh. Also war ein Stage. Charlie hat was von der automatischen Aprikocos-Form erzielt. Da war irgendwie ein Forum. Hab ich mir nicht durchgelesen. Ich wüsste auch nicht, wie das funktionieren sollte. Echt nicht. Äh, es gibt automatische... Dann leg ich die Weimar-Kanne einfach mal... Aprikocos? ...zu der Aprikocos-Schnellstation. Äh, es geht doch mit Pams Harvest-Craft. Warum nicht mit Aprikocos? Mal so logisch betrachtet. Also wär jedenfalls cool, wenn das automatisch ginge. Das würde uns so viel Arbeit ersparen. Stell dir das mal vor. Oh, ich hab keine Zäune mehr! Äh, es ist relativ leicht, so ein... äh... So eine Kanne zu machen. Du brauchst nur zwei Knochen, Wassereimer und unten nochmal drei Eisen. Aluminium. Eisen ist relativ easy. Dann hau raus! Bin grad nicht zu Hause. Den Shit! Ach so. Charlie, steht irgendwo in der Pari? Pari, 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 Pari. Und googelt ja, genau so. In der Pari? Wo sind die Pari? Wir finden bestimmt ein Biom, das so heißt. In der Pampa? Das geht auch. So... Pari, Pampa ist ja alles das Gleiche. Was ist eigentlich, wenn du ein Pokémon rausholst und mit dem anderen in der Pari fliegst? Was passiert denn mit dem Pokémon, was du rausgeholt hast? Was läuft dir hinterher? Oh, du, Wärte! Wär das fies! Oh, bist du gemein! Wär das voll gemein! Ich hab das nicht gemacht, ich wollt's nur wissen! Das ist voll gemein! Sie wollt's nur wissen, weil sie's nicht vorhatte, ne? Genau! Na klar! Man fragt immer nur nach Dingen, die man nie vorhat. Oh, wär das fies! Warte, du bist so gemein! Hä, ich hab noch gar nicht gemacht! Ah! Du bist schon gemein, bevor du's gemacht hast! Allein die Vorstellung! Der Gedanke! Allein die Vorstellung schon! Wartet! Wo seid ihr? Hilfe! Ich bin alleine und einsam! Ob es dann nachgeportet wird oder nicht so wie Hunde? Ja, es wird tatsächlich nachgeportet. Ja? Ja, echt? Das heißt, ich brauchst es gerade ausprobieren. Nein, das hatte ich aber schon mal. Das ist ein Pokémon sehr, sehr weit weggeschmissen, hab und das gleich zu mir dann geportet worden ist. So, okay. Pokémon sind also wie Hunde, alles klar. Oder Katzen. Und dann werden nachgeportet. Ja, klar! Nur Pferde nicht! Nostalgie-Musik! So, ähm... 1, 2, 3, 4, 5... Und ein Kaktus! Soll ich das nochmal machen? Wenn ich Nostalgie mit Charlie's Let's Play haben kann, dann hab ich jetzt auch Nostalgie-Musik. Nein, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was für die...